Hallo meine Lieben, heute im Magischen Spiegel, eure Tagesenergie für Dienstag, den 5.4.2016, hätten wir heute das Gericht. Das Gericht bedeutet, dass man im weiteren Sinne die Chance hat, einen Schatz zu heben. Das kann im Liebesbereich sein, das kann im finanziellen Bereich sein, kann sein, dass ihr eine Belohnung bekommt für irgendetwas oder eine vielversprechende Person kennenlernt. Oder einfach, wenn ihr irgendwie sowas in die Tat umsetzen möchtet, wie zum Beispiel Dating oder einen Job, den ihr machen möchtet an diesem Tag oder irgendetwas ähnliches, stehen die Chancen ganz gut, dass das ein gutes Ergebnis zeitigen könnte. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Abonnieren. Ich mache auch erweiterte Tagesauswahlen und persönliche Beratungen, aber dafür müsstet ihr mir dann eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht unten. Danke, schöne Restwoche und bis demnächst. Tschüss.